Ja, ja, Mensch, da. Ah, k-k-k-k-k-k, tut das gut, Mann. Ja, ne, haben wir hier, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ah, ich kann ja gar nichts sehen. Doch, wir fangen einfach an hier am Dienstag, ne, am Dienstag, ne. Haben wir hier Dienstag, 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 der Dienstag. Ja, ja, Schulter kaputt, WM-Angst um neuer Chaos, Tag in der Jop, VH, Moabit, Randale, Selbstwert, verletzte Beamte. Ach, und hast du nicht gesehen, Mensch, das alles. Mann, und, und, und hier, ey, ja, passend zum Dienstag, wenn das jetzt echt so hart war, ne, haben wir hier die neue Lust der Frauen. Ey, die neue Lust der Frauen, es ist einfach nur, ah, Mann, da, kehr, 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 da muss ich da erst mal einen Schluck auftreten, ja. Ja, ja, Prost, ja, erst mal, ja. Ihr seht's, ich hab's mir hier richtig schön gemacht, ne. Und, naja, dann hatten wir noch den, 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 den Mittwoch, ne. Ja, da hatten wir doch die Leute, die, die sind da aus dem Knast geflohen, ne. Da hat der Ausbrecher hinterließ Abschiedsbrief und direkt da drunter Wassermarsch. Wassermarsch, warum denn Wassermarsch? Äh, wo sich in Berlin bei der Hitze abkühlt. Oh, Mann, ey, das ist mal heiße Zeitung, ne. Und, naja, Reinhard May trauert um seinen Sohn. Äh, ja, da ist ja schon wieder mal alles dabei. Nein, 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 jetzt kommt's noch besser, ne. Also, der Mittwoch, der Mittwoch, das jetzt, das müssen, müssen alle wissen, alle. Ja, ganz wichtig, ne. Die neue Rente, wenn sie künstlich ohne Abschlag gehen können, ohne Abschlag, ne. Also, ich schlag hier auch gleich noch Wasser ab, ne, und dann geh ich, ne. Äh, äh, wie sich Arbeitslosigkeit auswirkt. Naja, da hat man viel Zeit zum Abschlagen des Wassers, ja. Zwei Verletzte, drei Autoschrott, Sufffahrt mit 1,4 Promille. Ja, in Ulrichs Erklärung, ich wollte schnell nach Hause. Ja, der wollte schnell nach Hause, vielleicht wie E.T. oder so, ja. Ja, und auch, Mensch, du, das war sogar, sogar noch mal hier der Bild, noch mal ein Bringer. Hier, Horrorunfall, Jan Ulrich droht, knass. Ja, na ja, sag mal, da müssen wir vielleicht noch eine Justizvollzugsanstalt für bauen. Berlin hat keine freien Wohnungen. Naja, vielleicht wohnt der Jan Ulrich. Das ist übrigens, jetzt sind wir schon hier am, oh Gott, am Freitag, am Freitag, am Freitag. Was ist denn Freitag? Ja, Freitag ist, Freitag ist vor Samstag, ne. Ja, Berlin hat keine freien Wohnungen, vielleicht wohnt Jan Ulrich ja in Berlin, dann wird wieder eine Wohnung frei. Und der Hassmob geht auf Polizisten los. Ja, also der Hassmob. Das ist jetzt, nach dem Wischmob von Veneda, haben wir jetzt den Hassmob des Axel Springer Verlags, ja. Drogen, Falschgeld, Vertrag weg. Und Dschungelkönig, Joe, eh, am Ende, ja Leute, das bewegt die Republik auch am Freitag, ne. Also da ist kein Hassmob hier bei der Bild, aber da hier, nee, guck mal hier, nach Alkoholcrash, hier fährt Ulrich wieder Rad. Na, die bleiben am Ball, ne. Ulrich fährt wieder Rad, ne. Naja, vielleicht auch besoffen oder weiß ich nicht was. Naja, und ein neuer Stürmer für Hertha, Ex-Partner müssen Intimfotos löschen. Das hat aber mit dem neuen Stürmer für Hertha weniger zu tun, ne. Ja, und den haben wir noch, den haben wir, ja, den haben wir noch genau gestern. Oder besser gesagt, Samstag war es, ne. Finanzamt jagt 170 Nobelgolfer im Feingolfclub. Wahnsinn. Aber, naja, Ramada Sporthotel hat da ja wohl nicht seine Finger drin, ne. Irgendwie so, Allianz, Allianz, nee. Das ist was anderes. Die Tempelhof-Abstimmung. Morgen Leute abstimmen gehen, ne. Ja. Äh, abstimmen gehen, ja. Morgen, am Montag. Nee, am Sonntag, genau. Heute ist Samstag, ich zeichne das immer ein bisschen vorher auf. Ja, und das letzte Wort. Drama um Alexander Held. Der TV-Star. Naja, das ist halt wieder Mord und Totschlag, ne. Die Frau ist dann tot und die findet er da. Ja, ja, und da haben wir noch, ach, guck mal, nee. Ukraine-Armee tötet 20 Aufständische. Ja, naja, okay. Äh, ja, und natürlich auch dauerhaft reduziert der Schnaps zum Wochenende. Ja, das war es soweit hier. Äh, ja, wir haben noch die Wahl, ne. Wir haben auf jeden Fall die Wahl. Und, äh, die Wahl fällt auf jeden Fall. Wollen wir mal sehen, wie die Wahl ausfällt, ne. Ja, äh, eins haben wir noch. Da war jetzt in der letzten Ausgabe, ist, ist die Bastelanleitung bei. Ja, ja, erstmal Prost, ne. Ja, also morgen wählen jeden, wa. Rechtspopulismus stoppen, wa. EU-weit, ne. Äh, ja, äh, ja, und hier, äh, wenn wir schon mal dabei sind, irgendwie, irgendwo, äh, irgendwo, äh, hier die Bastelanleitung. Ja, ihr findet in der, in der Sonntagsausgabe einer, einer, einer Berliner Zeitung, äh, eine Sonderbeilage. Und zwar haben sich immer die Montagsdemonstranten beschwert, dass sie nicht erwähnt werden. Und ich finde das toll, die haben da kleine Bastelanleitung rausgemacht, ja. Damit man sich da auch gleich zu der Demo richtig ankleiden kann. Ja, da gibt es ja auch dann, äh, äh, naja, die sind nicht rechts und nicht links, ihr wisst schon, wie ich meine, ja. Und, äh, damit da auch alle Roger ist und damit ihr auch gleich, äh, ja, ich kann dann diese Woche nur schließen mit Licht und Liebe.